Oh Gott! Alter, schon mit Diarus, und da muss man halt die ganzen, äh, schwammähnlichen Blocks, schnell! Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder Peterle mit deiner neuen Folge Minecraft. Heute spielen wir Lucky Blocks, und da muss man diese ganzen... Oh Gott! Alter, schon mit Diarus, und da muss man halt die ganzen, äh, schwammähnlichen Blocks, schnell! Nein! So schnell geht Lucky Blocks zu Ende, Alter. Man, also das ist halt richtig, äh, Glücksspiel. Und, ähm, ja, man muss halt versuchen, viele Blöcke wie möglich zu vernichten, um dann an den Quip zu kommen oder so. Alter. Warum haben wir auch nicht direkt auf den geschossen? Egal, neue Runde, neues Glück. Lucky Blocks! Okay, direkt ein Bogen. Oh, nice, das auch noch. Okay, Lucky Bow. Kommen wir auch hier hin. Was ist da los mit dem Villager, Alter? Junge! Kriegst du ja mit der Angst zu tun. Ja, ist vom Level gefahren. Oh mein, Alter. Was hab ich da eben nur gemacht? Das regt mich immer noch auf. Ich war echt sehr nice gewesen. Oh, was war das? Schicki, Alter! Nice! Oh, ein Diamant, Alter. Zwei Stück. Zwei Dias. Wir haben zwei Dias. Yeah, 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 yeah. Hier auch noch. Nice, Mann! So, was haben wir eigentlich noch? Okay. Lass uns doch versuchen, nochmal darüber zu... Gehen. Machen wir ein paar Steine ab. Da ist einer. Oh nein, meine Maus hängt. No, nice, Alter! Was ist passiert? Meine Maus hängt! Nein! Fuck, Alter. Meine Maus hängt gerade. Als er kam. Damn, Alter. Oh, eine Enderperle. Nice. Okay. Feuerstein. Steinenachs haben wir auch. Krieg-Ex brauchen wir nicht. Diamant können wir erstmal hier lagern. Feuerstein, Enderperle. So. Pfeile auf. Nice, nice, nice. Leute, wo kam der her, der Jimmy? Oh nein, die Maus ist so am Arsch, Alter. Ich muss gleich unbedingt eine neue anschließen. Ich kann nichts mehr machen. Okay. Flick und Sieg! Nice. Bin ich hier? Die Frage ist... Wer ist denn da? Wer ist denn hier? Wer ist denn hier? Hey, da ist noch... Was? Auch wieder Schweine. Hey, Villager. Möchtest du mir das verkaufen? Das ist ja nur Mist, Alter. Dafür musst du sterben, du Hund. Alter. Was das Ding auch für einen Rückschuss hat. Das ist unglaublich. Okay. So reggen wir erstmal. Aber hier unten müsste ja theoretisch eigentlich auch noch was sein, denn... Der eine Block wurde ja auch nicht abgebaut oder so. Nee, hier oben ist nichts mehr. Okay. Dann ist der Spieler bestimmt bei mir eben rübergekommen. Er hatte zwei Enderperlen in der Truhe. Da läuft er rum. Lalalalalala. Okay. Wir könnten uns da rüber bauen. Wie viele... Okay, 15... Okay, 15 Steine hätte ich. Möchtest du noch ein paar ab? Und dann bauen wir uns dann gleich schön geschickt darüber. Und dann läuft er da. Was ist mit dem Schwein da los? Mit dem Schweinerich. Alter, ich darf nicht aus dieser Höhe fallen. Warte, ich muss mal kurz reggen. Boah, Tyson, Alter. Jetzt auch mal gut, ey. Ich hoffe, nicht, dass ich jetzt da runterfalle aus dieser Höhe. Weil das wäre ärgerlich. Ah! Was war das, Alter? Was ist da gerade passiert? Leute, ich musste gerade erstmal die Maus wechseln. Ja, das musste ich gerade erstmal tun, ey. Wieder eine neue Map. Ganz cool. Beginnen wir direkt mit den Lucky Blocks. Oh, direkt Troll. Okay. Ein Lucky Bow, Alter. Richtig nice. Ach, Mann. Das ist scheiße. Zweimal sowas. Damn. Truhe ist auch nix. Ich muss wenigstens was. Musik da auch nix. Keine Musik. Wie soll ich hier überleben, Alter? Musik. Musik. Ich will doch nur Musik. 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 Wo kommt ich denn jetzt hier hoch? Ach. Muss ich hier wieder irgendwas abbauen hier. Damit, dat, 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 dat. 13, 11, 10, 9, 8, 7. Ja, es passt. Es passt, es passt, es passt Yes, sir Nice, Alter Den haben wir getötet Wir haben jetzt auch keine Lucky Box mehr Kill with fire, Alter Das gibt's doch nicht Damn Wieder neue Blöcke, oder was? Oh, ich tick aus hier Bruchsteine, wir brauchen Bruchsteine Bruchsteine Wir wollen ja gewinnen Wir bauen uns jetzt wieder hier Komplett durch den Berg, Alter Gibt ja sonst keine andere Möglichkeit Oh, wir haben gar nichts zu essen, sehe ich gerade Damn Oh, der hat aber geile Sachen gehabt Räder hoch So, dass wegkommt Das gute Zeug So, schnell, 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 schnell Ja, 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 wir haben es geschafft Nice, Alter Oh, Lucky Sword auch noch Oh, nice, Alter Das hat er sogar zweimal gehabt Läuft bei dem Typen, Alter Läuft bei ihm Dann gehen wir gleich darüber Wir brauchen noch mehr Bruchsteine 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 Das ist aber Das ist so, was mich so ein bisschen nervt an Lucky Blocks Wenn du echt scheiße hast Ja, okay, darum geht's ja auch Lucky, ne? Glück, äh, Glück Und, ähm Aber wenn du dann echt nur Crap hast Dann weißt du nicht, was du machen sollst Dann bist du hier nur am Abbauen Gehst dann rüber, so Dann liest du dann echt Okay Okay, hier kann Fuck it, Alter Oh Nein, nicht mit dem Schwert erbauen Nice, jetzt können wir uns rüber bauen Hat der nicht zu essen dabei gehabt Nein, nix hatte der Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, komm schon Komm schon, komm schon 20, hallo, hallo, schneller Ist hier jemand? Hallo Wird alles angezündet Jetzt nicht Gibt es nicht Ohne Scheiß Wir werden Wir werden an Hungersnot sterben Ja Alter Nice Der Kamer kann uns nicht mehr böse werden Hier Zack, 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 zack Boom, mal ab hier Komm ich da nicht durch Jetzt sind wir schon hier auf der Insel Jö, 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 jö Da komm Wir machen das ein bisschen safe hier alles für mich Aber man kennt mich doch Das, ich krieg das nie richtig hin Lucky Block Oh, ein Villager Guten Tag, Herr Villager Wie geht es Ihnen? Ach, Herr Villager Herr Villager Ist hier irgendwo noch ein Spieler oder so Players 3 Alter, ich kann auch nicht mehr Ich hab nichts mehr zu essen Gar nichts Nichts, nichts Die Hände Alter Alter, wie lange das taucht, bis ich das abbauen kann Hopp, 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 hopp Verwalt dich mal Was gibt es jetzt hier? Nichts Toll Oh, da ist ein Lucky Block Bitte essen Oh Oh, muss ich jetzt abbauen Um zu gucken, ob da drin ist Was zu essen drin gewesen Ja, genau Wieder nichts Genau Oh Oh, man Ich kann nichts verzaubern Ich hab kein Level Fuck Ey, das gibt's doch nicht, Leute Ich hab kein Essen Wo sind denn die anderen Gymsons? Ich kann doch nicht regen Das ist Richtig mies gerade Schnell laufen geht ja ran Natürlich auch nicht Oh Damn Ach, Mensch Wo sind denn die anderen jetzt Mittlerweile Drei Spieler sind übrig Ne Zwei Wo ist denn Speedy, Alter Speedy Gonzales Speedy Gonzales Speedy Gonzales Hä? Wo ist denn? Oh, nein Damn Der gute Bogen, Alter Fuck Fuck Ich werde gleich sterben Nur wegen dem letzten Spieler Wo ist er denn? Mann Oh, Mann Oh, Mann Oh, oh Das war knapp, Alter Ja Ja, Lucky Block Bitte was zu essen Bitte was zu essen Der will mich verarschen, oder? Mensch Noch anderthalb essen Passt aus Noch anderthalb essen Ich raste aus Oh, Gott Da ist noch einer Vorsicht, Piet Noch ein Bogen Lass mich jetzt mal hier durch Komm Komm schon Lass mich hier durch Komm schon Aber was soll ich mit dem Bogen? Ich brauche es zu futtern, Alter Ich sterbe gleich Okay, Peter Ganz ruhig Ganz ruhig Beruhige dich Peter, beruhige dich Peter, beruhige dich Bitte beruhige dich Okay Bitte lass da was zu essen Nein Runtergefallen Ach, Mann Aber das war eh so verbaut Oh, Mann Ja, Leute Das war's von Lucky Block Ich hoffe, das hat euch gefallen Dieses kleine Spielsystem Könnt ihr auf Castia.net Könnt ihr das gerne spielen Und ja Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat Lasst auf jeden Fall ein Like da Und natürlich Eine Bewertung Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute Ja, bis dann Haut rein Ciao Nausen Auf Wiedersehen